Als alles andere. Es ist ihm. Ich komme, dich zu warnen. Die Bastion ist unter Siege. Lass es fallen. Du solltest nicht zurückgehen. Was? Fick dich. Soll ich auf dich hören? Der Kind hört ihn, aber er ist nicht überrascht. Wenn es das so ist, sagt er, dann werde ich dich nicht stoppen. Du kannst mich nicht stoppen. Du kannst dich nicht stoppen. Du kannst dich nicht auf den Zulf. Aber er ist ein Mann von seinem Wort. Das ist nicht die beste Sache. His countrymen don't much care for pleasantries, though. Too bad for that. Ich glaube, das ist ganz gut. Zoll showed them the way here. And here they came... ...to take revenge. Was das? Oh, man, das ist auch so... ...zu... 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 ...hä? They got inside the Bastion and shut the door. Kids gotta go in through the bag. They should have told them sooner... ...about all this. Oh! To make matters worse... ...seems that Ura took the girl. Was? Er hat sie entführt? Ihr Schweine! Wie kennt ihr das Wagen? Ich denke nicht, dass ich genau das zeigen werde! Unfortunately... ...they broke in... ...and they started... ...digging their holes. Something wrong sprung out of those holes... ...and it's leading away in this place. We tried to stop them... ...but we needed them. ...eskorts. Wunger... ...lStar... ...you're gonna die... ...zure. Ich habe noch mehr... ...zure. Wunger... ...wunger... ...zure. 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 ...zure... Zure... Die Mütze gibt's! Nein, das ist alles zerstört, ihr Ärsche! Dann erzähle ich ihm, warum die Urhe kam, um uns zurück zu bringen, um die Klamide zu bringen. Es war Ceylandia's Masterplan, um die Urhe rauszuziehen. Aber Teil dieses Plan hat zurückgezogen, nicht wahr? Wenn nur Zulf die ganze Geschichte wusste. Die Klamide können diese Krankheit in Rehabilitation setzen, aber es gibt nur eine Klinik. Wir müssen mit dem, was wir angefangen haben. Was würden wir denken? Sie hätten sie zurückgezogen, um sie zu ihrem rechtlichen Haus zu bringen. Sie auf jeden Fall zurückholen. Schreien! Der wahre Schreien gewährt Zugang zu neun Götzen, die Abwilder der unzugänglichsten Gottwein sind. Es scheint, dass die Gäste diesen Ort zu allen ihren Freunden geöffnet haben. Die Heilung, die Windpäste sind die einzige Schreien, die ein schlechtes Ort geschaffen hat. Die Sanctuary. Wenn wir das bauen können, können wir es wieder bauen. Ich werde ihm seinen Arsch aufreißen. Von ganz unten nach ganz oben. Und es wird mir Spaß machen. Lass dich drauf. Kleiner, mieser Sack. Ich werde nicht glauben, dass er damit einfach davon kommt. Du hast ein paar Schlussfolgerungen auf den Geschäftsend endet. Ich habe das nicht schon gegratet. Mal gucken, was wir hier machen. Plus zwei Zieldurchläge pro Schuss. Mit einer guten Länge von Miesgut. Die Böse war wie neu wieder. Der KID packt eine spezielle Überraschung in jeder einer dieser Arscher. Die Böse war. Der KID kann nicht mit einem Hammer und Böse in der Hand. Der KID schwebt aus dem Westen. Ansonsten jetzt wissen wir die Weg. Ich werde nicht sterben. Eine letzte Schreie. Das ist alles, was wir brauchen, um diese Böse hinter uns zu stellen. Und Mutter, was ein Böse es ist. Ein Böse wie das könnte nur mit Hand gemacht werden. Zulfs of the Calamity failed. Und er ist recht. Die Urra-Standards leben proof davon. Ich kann mir nicht so nah, sonst spürst du meinen. Die Böse war ganz leer. Ich hab eine große Idee gesehen. Ich bin so ein Böse. Sie kämpft als würde. Jetzt ist es so glasen. Ich möchte mich mit einem anderen Weg. Das war ein Böse. Besonders gegen diese scheiß Uhr und ganz besonders gegen das Zull. Ich kann es einfach zu befinden sein. Warte aber. Alles kaputt machen hier! Wo ist das? Für den Hammer des Zorns! Bitch. Was ist das? Komm her! Stirb! Elendig! Schmecke meine Rache! Ui! Hier geht es nicht lang. Wer hätte das vermutet? Ähm, was geht hier? Okay. Okay. Nichts. Ist hier weiter? Nein. Definitiv. Dann gab es ein Durchschnitt. Aber es kam nicht von einer Haube. Gut. 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 Gut." Gut. Gott. No Lu la. Er kam von einem Eurea, ein brillant junger Scientist named Venn. Venn arbeitete für die Mansers, mit den kniften Knöpfen in der Stadt. Mit seiner Hilfe, die Mansers verabschieden einen Weg, um den Eurea-Tunnel zu öffnen. So wie das. Jeder letzte Jahr, die in den Tassel-Tunnel leben, wird weg. Das Erdbeer wurde niemals benutzt, als er als letzte Ressort. Das Erdbeer wurde niemals benutzt, als er als letzte Ressort. Dann ist wieder hinten. Tötet ihn! Tötet ihn! Ach man, nehmt ihr euch heute beide! Gott! Ich will mich hier durchboxen, aber es ist selbst mit dem Hammer. Keine leichte Übung. Hinter der Mann? Manipuliert. Die Unplanung seiner eigenen. Auf der Fresse jetzt, komm. Okay, mehr Eis. Sie sabotagten das kleine Forschungsprojekt. Sie haben gesagt, dass sie in ihren Gesichtern fliehen. Und das war auch richtig, ihm zu vertrauen. Imagine, wie ein Venter fällt, wenn sie endlich den Trigger gemacht haben. Blöd, oder was? Haha, gefickt. Sonnenaufgang, Tag 7. Aber erinnere dich, die Pästchen kann alles fixen. Wir brauchen nur diesen Schaden. Ja, ich denk doch dran. Aaaaaaah! Finden. Die Mütze, Alter. Ach, die Mütze. Ähm, und Silph vor allen Dingen in den... Ach schön, hallo! Aua! Okay, was bist du für ein Spatz? Äh, dachte ich bereits. Sooo! Skumbags,omasse... Whatever. Mütze! Ja, ja. Man, die Fischer sind so nett. Okay.